Ihr habt es schon gerade mega oft in den Chat geschrieben und ich habe schon ein Thumbnail gesehen. Ich habe den Start selber noch nicht gesehen, aber es ist ja das SN9 gestartet und ja, ich habe diesen Thumbnail jetzt hier schon gesehen. Es ist wohl nicht so ganz gut gelaufen und ich habe es doch nicht gesehen. Leider sind wir jetzt nicht damit schon gespoilert, aber wir schauen uns natürlich den SN9 Start an, den Testflug an. Es sind ja wahrscheinlich trotzdem sehr beeindruckende Bilder dabei. Wir wollten es jetzt schon zweimal im Stream angucken, aber da wurde es jedes Mal verschoben. Deswegen immer, t-58, dann spüren wir mal kurz ein bisschen vor hier, t-1, na, na. Ah! So, t-18, so, let's go. Übrigens, das ist ja SN10 daneben, ne? Also es ist nur mal so der größte Vergleich. Das ist absolut krass, ich finde es auch voll das coole Bild, dass wir jetzt einfach nebeneinander starten. So, let's go, Alter. Warte mal, ich muss mal, ich muss mal passende Musik dazu anmachen. So ist ja nicht richtig hier. So. Boah, Alter, Raketenstädter, das Starte sehen immer so geil aus. Sehen immer so geil aus. Oh, was ist das für ein Sound? Oh, was ist das für ein Sound? Oh, ecklich. Alter, so beeindruckend, so beeindruckend. Ist das laut, Junge? Gut, ist auch Raketenstart. Geil. Das blöd ist, wir wissen halt schon, wie es ausgeht. Zumindest beim Städtenstädter, das Ding ist noch gestartet. Ich habe schon eigentlich fast gedacht, das explodiert beim Start. Aber scheinbar geht es bei der Landung schief. Ich finde aber die Landung so satisfying, wenn die klappt, ne? Aber... Oh Gott, der Sound ist ja echt ekelhaft, Junge. Das ist ja übelan satisfying. Boah, aber das sieht auch echt mega fake aus hier unten, ne? Sieht so, so unreal aus. Drei Raptor-Engines, okay, stark. Hier, guck mal, hier sieht man wirklich die drei verschiedenen Strähle. Und hier ist so ein dicker Feuerbatzen einfach nur. Der Start ist ja wirklich 1A geklappt, ne? Da müsste ich die Ingenieure auch richtig krass gefordert haben. Aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass es so einen komischen Sound macht. Glaubt ihr, die Ingenieure wussten schon beim Start, dass da irgendwas schief geht? Ich weiß ja nicht. Wie hoch ist das Ding eigentlich geflogen? Weiß ich gar nicht. High Altitude Flight Test. Zehn Kilometer ist das Ding hoch geflogen. Okay. Also nicht so hoch, ne? Also wenn man sich überlegt, Weltraumgrenze ist bei 100 Kilometern. Ist das zehn Kilometer gar nicht so hoch? Ist zehn Kilometer gar nicht so hoch? Da gibt es Wetterballons, die fliegen auf jeden Fall höher. Aber das ist, glaube ich, schon mal so der erste höhere Test. Das ist der Starship. Prinzipiell die Art von Raumschiff, die die ja Richtung Mars schicken wollen bald, ne? Sagen die eigentlich auch, woran es gescheitert ist? Wir wissen ja jetzt schon, dass es scheitern wird. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Haben die die Kamera abgefackelt da, oder was? Einfach mal kurz die Kamera abgefackelt. Aber solche... Oh! Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob das da geplant ist. Es sieht nicht so geplant aus, to be honest. Okay, alles noch geplant. Ich bin gespannt, wie der Kommentator reagiert. Alles funktioniert gut mit dem Starship. Gute Leistungsschiff. Ist ja zum Glück nur ein Test, ne? Zum Glück keine Menschen drin. Aber das sieht irgendwie ungesund aus. Das sieht aus, als ob es leckt. Okay, ja, das sieht bisher noch alles gut aus. Ich bin gespannt, wann der Punkt ist, wo man merkt, oh, da geht was schief. Ich hätte es zu gern live gesehen, weil live ist nochmal ein bisschen spannender. Da weiß nämlich keiner, was passiert jetzt, ne? Wie gesagt, wir sind, wo die Thunders dann einfach ein bisschen gespoilert, ne? Das ist ein bisschen wack. Das ist ein bisschen wack. Aber gut, dass man es vorher testet dann, ne? Stell dir mal vor, da wären Menschen drin, dann wäre das gar nicht mehr lustig, ne? So. Ich habe noch gar keine Vorstellung, wie hoch das jetzt gerade ist. Oh, okay. Ui, 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 ui. Ich glaube, es ist irgendwie da zu sinken gleich. Ja, jetzt muss es wieder einfach runterfallen. Achso, es fliegt immer noch hoch. Oh, eine Engine, okay. Es fliegt immer noch hoch. Nee, also dieses weiße Zeug, was da rauskommt, das ist, ich glaube, das ist gewollt. Ich glaube, das ist einfach nur Kühlung von den Engines, oder? Aber wenn das nicht gewollt wäre, würden die ja schon was sagen. Ich habe ja gar keine Ahnung, ne? Das Krasse ist so, auch wenn die jetzt gleich kaputt geht, daneben stand da schon SN10. Na, die haben ja schon eine neue gebaut. Das ist ja das Krasse. Ich glaube, es ist für die gar nicht so schlimm, dass das Ding kaputt gegangen ist, weil es ist eh ein altes Modell. Das SN10 daneben ist ja nochmal viel, viel größer. Da wird der erste Start auch richtig spannend. Ich finde es sowieso so interessant, diese ganze Reise, dass man jeden Schritt auf der Reise einfach mitverfolgen kann. Und zu halt eben einem funktionssüchtigen Starship-Ding, was da wirklich Menschen zu Maß bringt. Das ist so, so geil mitzufolgen. Das ist irgendwie so wie so ein Real-Life-Sci-Fi-Movie. Und die sammeln halt einfach auch Daten mit jedem Mal, was auch schief geht, sammeln die auch einfach Daten. Müsst ja auch viel rumprobieren, ne? Oh, die klatschen noch. Es funktioniert scheinbar noch alles. Oh, Spannung steigt. Boah, ich stelle, du hast ein Jahr, ein Jahr, ich weiß nicht, wie lange warten die und so was, ein Jahr oder zwei. Du hast dran gebaut und jetzt sitzt du da und denkst, oh mein Gott, bitte, bitte lande wieder. Krass. Glaubst du, dass ein Weltraumaufzug auch möglich ist? Ja, wenn wir das Problem mit dem, ähm, das Hauptproblem ist ja das Tethering, also die, ähm, das Seil vom Aufzug. Wir haben kein Material, was stabil genug ist, was, das heißt, es ist quasi so lang das Ziel des Material, was wir haben, und im eigenen Gewicht zerbrechen würde. Hab da mal ein Video drüber gemacht, deswegen weiß ich das. Ähm, aber, prinzipiell, irgendwann, wenn wir das Material knacken, so, der Bellyflop ist gewollt, ja, ja, klar. Aber ich glaube, das, was gleich passiert ist, ist nicht gewollt. Vielleicht müssten nämlich, also, wenn die Thumbnaids uns richtig gespoilert haben, dann, ähm, macht's gleich einmal kabumm. Oh, 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 jetzt müsste es gleich sich wieder geradestellen. Das Problem war, dass, anstatt zwei Engines angegangen sind, als er eine Fehlzündung hatte, also eine Engine-Fehlzündung. Oh, jetzt schätze ich dich hin? Oh, boah, was eine geile Kameraperspektive, alter. Oh! Ui, ei, 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 das hat gescheppert, alter. Alter, das hat gescheppert. Das hat gescheppert, ui, das hat... Boah, vor allem, neben dem anderen, stellt euch vor, das wäre einfach in das andere reingecrasht. Stell dir vor, das wäre in das S&T-Antern gecrasht, die hat das auch noch geschrottet. Rip, alter. Dass die es einfach auch daneben stellt, was ist mit denen? So ein Feuerball, Junge. Boah, das hat gescheppert. Was sagen die dazu? Sagen die noch was? Oh, ich sehe, wir haben noch die Kameraperspektive. Kein Kommitter. Boah, Alter, die arme Ingenieure, ne? Das ist schon mal gut, die haben viel gut Daten gesammelt. Und wieder, wir haben einfach ein bisschen zu arbeiten, aber wir werden wissen, von dem Team, als sie durch die Daten gehen, wir waren in Kontakt mit Telemetrie, bis hin zu hoch. Also, alles gesagt, noch eine große Erinnerung, das ist ein Testflug, das zweite Mal, dass wir Starship in dieser Konfiguration fliegen, in dieser Konfiguration fliegen. Wir haben viele gute Daten. Nice, die sind immer noch optimistisch, sehr schön. Krass, Alter, dass wir einfach erleben, wie die auch gefühlt in Realtime die Sachen immer verbessern, ne? Wir sehen, es ist ein Fail und in ein paar Monaten starten die wieder irgendwas und auf einmal funktioniert. Ist schon eine krasse Reise, ne? Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL. Das ist toll. Bis zum nächsten Mal.